Moin Leute, was geht mal wieder? YouTube Gamescom ist hier am Start und so und ich wollte euch mal meine Einsatzzentrale zeigen. Ja, ihr seht schon richtig, das hier ist mein Fernseher und mit dem sehe ich und mit dem zocke ich. Und jetzt laufen wir mal zur Playstation 3. Folgt mir einfach mal. Wunderbar, das sind wir angelangt. Das ist die Playstation 3, die ich zum, ein bisschen, ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Und ich habe in ungefähr 8 Playstation Accounts, wobei mein Hauptaccount YouTube Gamescom ist. Meine Spiele, Digga, die habe ich hier. Ich habe hier Skyrim, Sniper, Ghost, Wario, Grand Theft Auto, Liberty City, Call of Duty, Black Ops, Under Nightmare, Modern Warfare 2, Wolfenstein, Anker, Parkway 3, Modern Warfare 3, Assassin's Creed 3. Und das hier ist mein wunderschöner Controller. Jo, mit dem dattel ich und zocke ich. Wobei, nicht mal erfolgreich. So, und das hier, das ist der Ausblick aus meinem schönen Zimmer. Jo, es ist ein bisschen kalt. Hier liegt zum Beispiel jetzt kein Schnee, also auf meiner Berufsschule, wo ich bin. Ich lerne ja Koch vom Beruf. Da liegen locker 20 cm. Das liegt in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald. Aufnehmen tue ich ganz komisch. Ich benutze ja keine HD-PVR-Box, wie ihr vielleicht alle wisst. Aber, Leute, das hier ist ein Koffer. Und das hier ist eine Schaumstoffmatte. Oder wie ihr es auch immer nennen mögt. Und das ist ein Bilderrahmen. Stuhl zur Stabilisierung. Gerade Fläche wird erzeugt. Und nun können wir natürlich einfach diese ganze Geschichte hier hinlegen und kommentieren, sozusagen. Und jetzt wisst ihr einfach mal Bescheid, wie das alles so abläuft. Und, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom. Ich sag nur, See you later. Alle Gäder. Bis dann. Ciao.